So, jetzt ist es chilliger. Oh, der leuchtet ja wild. Der leuchtet ja wild. Ah ja. Ah ja. Jungs, was geht? Viele haben sich wieder so einen Werkstatt-Stream gewünscht. Und normalerweise müsste der Stream jetzt auch nicht mehr auf 60 FPS laufen, sondern auf 50. Also eigentlich müsste hier jetzt nichts mehr flackern, oder? Puh. Ah, hier muss er die Kabel durch. Naja, gut, das ist schon egal. Kollege. Wenigstens passen die Farben hier ziemlich zusammen. Das ist eigentlich meine größte Sorge. Dass das hier und das hier nicht zusammenpasst, aber das passt gut. Jetzt wollte ich. Hey, Max. Max, Junge. Was geht denn hier ab? 25 Abos verschenkt. Du bist auch mal wieder am Start. Absolut wild. Danke dir. So, passt auch. Jetzt kommt das Highlight. Ich war erst unentschlossen, ob ich den nehmen soll. Oder ob ich dieses Lockies Ei nehmen soll. Aber ich habe jetzt trotzdem den genommen. Weil ich finde, dass der trotzdem geil aussieht. Der sieht sogar fast noch ein bisschen cooler aus, wie der von der KTM. Weil der halt komplett schwarz ist. Der hier ist so hell drin. Das haben wir halt hier nicht. So. Das ist doch nice. Ich kann euch mal den Originalen zeigen. Der ist hier. Ich finde, ich finde dieses Ding hier nicht schön. Weil das ist hier so leer. Das ist ja komplett leer. Und dann fängt hier wieder der Fender an. Und da ist es jetzt wenigstens schön ausgefüllt. Die Gummis muss ich noch ein bisschen einsprühen, weil die brauche ich nicht so nicht ins Schrauben. Boah, und gebt euch mal das. Der ist ja weiß. Sieht man das auf der Kamera ja, ne? Was für ein kranker Unterschied, wie braun der einfach schön ist. Boah, alles voll rutschig. Bruder. Ich habe noch diesen Deckel mitgekauft. Und dann zeige ich euch gleich den Schrauben auch noch hin. Diesen Ölpumpendeckel. Ich hoffe, dass da nicht so viel Öl rauskommt. Weil der weiße Rahmen, da sieht man gleich alles drauf. Das ist nicht so schön. Man kann sich das halt gerade voll schlecht vorstellen. Weil, finde ich, keine Lenker dran ist. Das sieht gerade so extrem hoch aus. Was willst du machen, wenn dir die 350 besser gefällt? Na ja, irgendeine muss irgendwann gehen. Entweder die hier irgendwann oder die hier halt, ne? Ich finde es schön. Das hier ist zwar ein bisschen nicht ganz so neon, wie das hier. Aber das passt. Das ist minimal. Sieht geil aus. Der LED-Schrauber war eine gute Entscheidung. So. Ich kann den jetzt halt nicht mal festmachen. Ja, sieht gerade komisch aus. Nur ein Lenker sieht echt komisch aus. Aber der fliegt runter, egal was ich mache. Der würde es so nicht halten. Aber auf der GoPro habt ihr es doch so fast komplett drauf, oder? Ja, das ist schon cool, glaube ich. Ich packe den jetzt auch wieder ein. Ich lasse den gleich kaputt machen. Das hier kann ich ja nicht nutzen, weil meine Bremse ja beim Eluxieren ist. Den hier, den habe ich mir anfangs auch nicht geholt. Aber im Video letztens gesehen, der hat da beides dran. Und dann sieht es schon nochmal besser aus. Das ist diese Erhöhung. Die habe ich ja bei der F450 auch schon. Hier, da bräuchte ich vielleicht noch einen geilen Deckel, weil da habe ich immer noch den orangenen Deckel. Das ist was für bessere Kühlleistung sein soll. Weil ich das nicht glaube. Einfach größer. Cool blau. Habe ich genommen. Kann ich jetzt leider nicht draufschrauben, weil das ist nicht da. Aber den hier können wir noch hinschrauben. Der ist echt schön, weil ich zeige euch gleich mal, wie die anderen aussehen, die da jetzt dran sind. Die sehen echt nicht so geil aus. Ich hoffe bloß, wie gesagt, da kommt nicht so viel Öl. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da muss jetzt der Deckel ab und der da oben. Und dann kann, oder? Muss der obere überhaupt ab? Ja, der kann vielleicht auch dran bleiben. Der kommt einfach oben drüber, ne? Stimmt, weil das sind auch keine Bohrungen. Der Deckel hier ist echt hässlich. Der in blau ist, der macht nochmal einen großen Unterschied. Wenn das da auch weg ist. Also ich will jetzt kein Reaction-Kanal werden oder so. So. Schnell wieder drauf hier. Wir kleben die nicht mehr rein, weil was soll da passieren? Wir müssen nichts halten. Der Ohrring dichtet jetzt ab. Brauche ich nichts festkleben. Direkt da drauf sind. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das Ding nicht passt. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl davon. Gut, ist vielleicht einfach oben drauf geschraubt der Deckel auf den anderen? Oder ne, da war eine Dichtung dabei. Oder es gehört trotzdem der Schutz ab. Und der bleibt einfach ab und wird auch nicht mehr festgestraubt. Würde vielleicht auch Sinn ergeben, ne? Ja, da außen liegt der an. Aber hier, da stört was. Man muss trotzdem die anderen Schrauben weg. Jawohl, auch wieder Locktie dran. Warten ist der Locktie dran, alter. Oh man. Was soll man dazu sagen? Da bin ich gespannt, ob das jetzt passt. Ich glaube eigentlich schon, dass es passt. So. Ich ziehe es mal an. Mir ging es jetzt eher oben ums Kabel. Um dieses Sensorkabel. Ich weiß nicht was das abnimmt. Aber das ist jetzt schon wieder fest. Aber das sieht schon nochmal besser aus. Sieht schon echt nochmal schöner aus so. Ja, macht schon nochmal einen Unterschied. Hat sich gelohnt. Passt. Und der hier sieht auch echt gut aus. Muss sagen, der gefällt mir auch so wie der drauf steht. Auch das Neongelbe finde ich auch echt gut. Schrauben kommen hier noch wirklich schweiz. Da fehlen noch Schrauben. Hier die Originalen kommen logischerweise auch noch weg. Da kommen Anlauffarben dahin. Was würdet ihr sonst noch so machen? Dekor. Übrigens, den Stress wo ich euch da letztens im Stream erzählt habe. An alle die dabei waren. Das war jetzt noch ein riesen hin und her. Im Endeffekt bin ich jetzt gerade wieder. Der LED ist scheinbar vielleicht übelst sexy. Finde ich auch. Ich finde den irgendwie. Also der sieht wirklich so richtig gut aus. Was ich halt. Oh, was ist denn hier? Sehe ich wieder raus? Habe ich Idioten da nicht rein? Oh man. Leute. Jetzt. Da hüten wir auch raus. Ne, da hüten wir sie drin. Ich finde nur das hier gerade ein bisschen hoch. Ja und hier ist da so eine Kante. Ja, das ist hier im Ding. Aber der passt schon so. Der ist ein bisschen hoch gerade, ja. Aber das finde ich jetzt. Der ist auch glaube ich sogar höher als die andere Kante sein. Der ist nämlich niedriger. Und schaut mal. Ja, der ist ein Zentimeter niedriger. Und der sollte eigentlich auch passen, denke ich. Weil diese Anschraubpunkte habe ich auch. Nur diese Einhängpunkte haben wir nicht. Genau. Aber da haben wir trotzdem Schraubpunkte. Vielleicht können wir es auch trotzdem festschrauben. Sollen wir das mal testen? Einzelnen Chat, wenn wir es testen sollen, Jungs? Oder lasse ich es einfach erstmal? Mit vielen Unterschiede ist es nicht. Ja, da kommt mir das nur so vor. Hä? Der hier hat... Ja, 12,8. Und der hier hat... 13. Also eigentlich sind die gleich hoch. Jetzt ernsthaft. Eigentlich sind die gleich. Hä? Ich bin gerade absolut verwirrt. Der hier sieht so auch relativ lang aus nach oben. Das ist ja auch der originale. Ne, die sind gleich. Wir lassen den. Das muss die Formen nicht mal anders. Passt so. Lassen wir so. Warum eigentlich ein normaler LED-Schemmerfer und nicht LockysEye? Da habe ich am Anfang erzählt, Wolfskrieger. Ich hatte überlegt und LockysEye, aber ich wollte ihn dann doch nicht. Hey, und ich habe Husky Powershop, Jungs. Da muss ein LED-Schemmerfer hin, sorry. Ne, das sieht nur so hoch aus, weil auch der Lenker fehlt. Das ist auch schon ein bisschen hoch. Weil hier die Kante von Display bis hoch ist echt viel. Das ist bei meiner 450 kaum. Da ist der fast bündig. Bei der 300er auch. Aber vielleicht ist das bei den Husqvarans einfach so. Wirkt auch nochmal anders, wenn es zu muss drauf sind. Ja, definitiv. Da ist nochmal ein riesen Unterschied. Ja, Gabelschoner schrauben wir jetzt nicht ran, weil da fehlen die Schrauben noch. Also da sind schon Schrauben da, aber die schraube ich jetzt nicht extra hin, weil da muss ich sie eh wieder runter machen, wegen Dekor. Also die hier müssen auf jeden Fall noch schwarz. Weil dieses Cremefarbene sieht sauhässlich aus. Das hier finde ich alles nice. Jetzt muss die Frage, wenn ich den hier schwarz mache. Ich habe hier auch noch schwarze Rahmenschützer da. Das wäre vielleicht dann auch noch eine Idee, dass ich dann die schwarzen Rahmenschützer wieder ran mache. Dann was ich auch noch machen könnte, wo ich mir aber unentschlossen bin. Weil das ist halt die Schläuche hier für die Kühlung. Die gibt es ja logischerweise auch noch in Blau. Aber keine Ahnung, ich glaube das ist zu übertrieben. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar geschrieben gehabt. Den Tank kann man nicht lackieren lassen, Lorenz. Ich muss nicht mehr an die schwarzen Karbonschützer drauf machen. Die CMT-Schützer. Benötigt die Schläuche denke ich auch. Was kommt für ein Dekor? Kannst du schon was sagen? Nein, nein, das bleibt ja schon mal geheim. Also Dekor, das release ich mit einem Video. Ja wie gesagt, Dekor mache ich komplett in einem Video, weil ich will das halt schon ein bisschen mehr auf YouTube ziehen. Ich will auch keine Story so extrem davon machen. Weil ich will halt auch, dass mein YouTube-Kanal wächst. Und das kann man dann nur so machen, wisst ihr? Und wie werden die Felgen so wahr? Bleibt auch geheim. Das wenn ich jetzt verraten würde, klar wir machen sonst immer so ein bisschen exklusiv für die Livestream-Zuschauer. Aber das bleibt geheim. Das lasse ich erstmal geheim. Ich will auch geil, dass der komplett schwarz innen drin ist. Und der bei der KTM ist so ein bisschen silber noch. Aber halt keine E-Nummer. Jaja, ich hätte nur den originalen. Andere als der originale hat eh keine E-Nummer. Der 701-Fender kommt auch gut. Ja, ich wollte eben keine KTM-Front. Das haben wir ja schon oft besprochen. Das ist eigentlich der FS450-Fender. Ich glaube nicht, dass da ein Unterschied zwischen 701 und der ist. Weil hier KTM-Front habe ich ja schon. Das brauche ich nicht nochmal machen. Aber die hier guckt halt auch böse rein. Die ist aber saudreckig gerade. Aber die richte ich ja gerade alles ein bisschen her. Zu denen hier mache ich jetzt nochmal kurz ein wenig sauber. Weil der von den ganzen Fotos gestern so dreckig gewonnen ist. Ich weiß bloß noch nicht ganz wie. Ich glaube, ich mache den einfach ein bisschen mit dem Reiniger sauber. Dass die Fettflecken hier weg sind. Ja stimmt, Magda Lichtmaske auch von der Form von der EXC oder auch 16, 17. Ja, 16 ist auch noch okay von der KTM. Finde ich nicht ganz so geil. Muss ich sagen. Ich finde die neuen am schönsten. So passt der wieder, so ist der okay. Das brauche ich mal weg. Das brauche ich nicht. Klüm habe ich auch schon ziemlich poliert. Ich kriege den wirklich nicht mehr sauber von der 4,50. Kannst du bei der 3,50 wie David, wo du die Altos Quander Lichtmaske drauf machen? Sieht aggressiv aus. Nein, 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 Daniel. Da stehe ich gar nicht drauf. Ich habe das bei David Bost. Ich glaube, wir haben das Video sogar im Stream geguckt. Ich habe das auch nicht gefeiert. Der hat sich auch den langen Fender geholt. Finde ich auch nicht geil. Weil dieses Ultralange feiere ich gar nicht. Wir können es bei der 300er mal kurz angucken. Ich nehme mich mal mit. So. Sieht man das jetzt hier? Ja, sieht man bestimmt. Wie lang der ist. Der geht fast bis vorne zur Radkante. Stellt euch mal vor, da ist noch eine Supermoto-Felge drin, die noch kleiner ist. Dann startet der so extrem nach unten. Also schaut euch mal irgendwelche EXCs an, die auch die originalen Fender haben. Ich feiere das gar nicht. Und sonst haben wir hier gar nichts interessantes drin, was ich euch jetzt noch zeigen könnte. Hier ist noch das Kettenrad. Das sieht man auch schon im Video, wo ich letztens hochgeladen habe. Das sieht nice aus. 48 Zähne. Ich habe einfach mal das gleiche gekauft wie bei der 450. Und hier noch für die Achse. Den brauche ich jetzt aber auch noch nicht reinschrauben. Weil da fällt mir das halt mit dem Motorrad dann um. Wenn ich die Achse raus mache, weil das Motorrad dann nach vorne fällt. Sonst könnte ich den auch schon reinstecken. Wobei wir könnten es eigentlich mal probieren. Geht perfekt so. Wenn jetzt schon dieser Griff dran wäre. So kippt die jetzt noch nicht, ne? Ich glaube schon. Warte, warte. Oh. Oh Mann. Ja, aber kippt nach hinten. Ich muss bestimmt, ob ich das raus bekomme hier. Äh. Ah ja. Da ist noch so eine Plastikmutter drin. Die kann ich glaube ich rausschrauben. Da brauche ich auch keinen DP-Killer. So. Perfekt. Jetzt fällt es raus. Ja, doch. Ich glaube das kommt schon. Warte mal. Hier mein tragbarer Schraubstock, den ich nie benutze. So, das war es schon. Easy. Ich glaube wir kleben aber den neuen Sicherheitshalber rein. Ich würde ihn nicht irgendwo verlieren. Und dann hauen wir den einfach rein. So sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich brauche bloß noch was zum Klopfen am besten. Jo. Perfekt. So. So. Jetzt kippt die natürlich wieder nach vorne. Aber. Macht gleich einen riesen Unterschied. Macht gleich einen riesen Unterschied im Blau. Jetzt kann man den auch easy rausziehen. Ich habe gesagt, nein. Wie viele Stunden oder die 350? Ich glaube 94. Was kannst du für illegale Entschaltdämpfer für EXC ab 2018 empfehlen? Marc, ich glaube da gibt es gar nichts. Basti heute ist euer Schraubenstadt, ja. Bei uns auch wilder Sonnenkern. Bei mir ist er weg. Die Frage ist nur bei der 450 langsamer. Auf jeden Fall, jetzt nochmal um den Krümmer zurückzukommen. Ich habe den ja mal erhitzt. Und deswegen, das sieht man wahrscheinlich auf GoPro auch nicht. Der ist richtig lila überall. Also so komisch lila. Und das kriegt man nicht mehr weg. Ich habe ihn jetzt poliert. Weil hier war er halt komplett Schrott. Hier sah das so hässlich aus. Das geht jetzt wieder. Aber eigentlich ist der komplett Schrott. Auch ich denke, das ganze Werkstoff ist komplett Schrott. Für die 450 tut er noch. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich noch erzählen soll. Und die 450 kann ich auch nichts weiter machen. Den Dämpfer habe ich heute weggeschickt. Der ist beim Service. Die Räder kann ich mal rausbauen, ja. Die wollte ich jetzt schön sauber machen. und mir die Lager mal angucken. Und wenn ich irgendwie hinkomme an den Lager, hätte ich da ein bisschen Öl hin. Dann hätte ich mal gescheit sauber gemacht. Aber eigentlich gehört die Karre so erstmal gewaschen. Weil hier drin, da hängt gerade so viel Dreck. Das bringt jetzt eigentlich nichts, wenn ich jetzt die Felgen extra wasche. Eigentlich möchte ich sie einfach wieder zusammenbauen. Weil der fehlt eigentlich nichts. Ich hatte nämlich mal jemanden, der hat zu mir gesagt, dass diese Felgen-Serie G2 oder was es ist, dass da die Lager oft kaputt gehen. Hat anfangs mal jemand zu mir gesagt. Aber ich hatte bisher noch keine Probleme damit. Gut, ich habe die jetzt auch noch nicht so lange. Ich glaube, ich habe die ja irgendwann Mitte des Jahres sogar gekauft. Nicht mal Anfang des Jahres. Da könnte ein bisschen Öl mal wieder hin. Ich möchte halt die 450 eigentlich gerne zusammenbauen, aber es geht da einfach nicht. Weil da halt jetzt einfach der Dämpfer weg ist. Da kann ich nichts mehr zusammenbauen davon. Also bis nachher Leute. Danke fürs Zuschauen. Danke Max, wenn er noch da ist, für diese 25 Subs, die du rausgehauen hast. Absolute wilde Aktion mal wieder. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao, ballon. nenpool Bis zum nächsten Mal.